Das ist doch der Herr Schimmer los. Was trinkt denn der da mit seiner Dame? Kiro Yal, Herr Generaldirektor. Ja, ja. Probierst du das vielleicht auch nochmal, ne, Herr Wolfgang? Gerne, Herr Generaldirektor. Herr Wolfgang, wissen Sie was? Machen Sie doch noch zwei von diesen Royalen und für die Herrschaften auf meine Rechnung. Und für Sie auch einen. Gerne, Herr Generaldirektor. Psst, Herr Wolfgang. Kosten nur ein Glas von diesem Dings da, Herr Royal da. 18 Mark, Herr Generaldirektor. Aha. Ja, 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 Donnerwetter. Wissen Sie was? Lassen Sie mal einen einfach weg. Ja. Eigentlich brauche ich auch keinen, Herr Generaldirektor. Na ja. Also dann wissen Sie was? Waren Sie doch einfach nur die zwei Dings da? Ja, war ja auch nur für den Herrn Schimmerlosen, seine Dame. Und wir zwei trinken zusammen einen schönen, gepflichten Pils. Eins. Zusammen. Nein, natürlich für jeden eins. Wie Sie wünschen, Herr Generaldirektor. Nein, alles. Ich will den Boden mit so einem Linoleon.